So, jetzt fahre ich jetzt etwas lecker, die Ellenbogen-Vena heraus. Mach mich trotzdem klein, leg die Stufe aus. Hi liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, sorry, dass gerade nicht so viele Videos kommen. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt, viele technische Probleme. Nicht an den Fahrrädern, aber an der Webseite, deswegen viel Arbeit. Und trotzdem heute ein Mythenmörder für euch. Das ist ja eine sehr beliebte Serie. Und ja, das Thema könnt ihr natürlich polarisieren, aber wir bringen es einfach mal auf den Tisch. Ihr wisst, jeder Fahrtechnik-Trainer sagt euch, nimm die Ellenbogen raus. Und jetzt wollen wir uns mal genauer untersuchen, ist das ein Mythos, wie ist es, wenn man die Ellenbogen-Slacker hat, wie fahren so die Profis und ich möchte euch ein paar Ansichten dazu mitgeben. Ja. So liebe Leute, Ellenbogen raus, wir sagen Cowboy, manche sagen Gorilla. Geht es auch ohne? Wie sieht es aus? Ich gebe euch ein Tipp. Ja. Vorab schon mal ganz wichtig, natürlich bleibt, ja ich sage immer der Cowboy, wisst ihr ja, Lucky Loop. Ellenbogen raus, ein ganz wichtiges Werkzeug für viele Korrekturen, selbst für mentale Sachen, wenn jemand ganz viel Angst vor einer steilen Stelle hat und so, oh, oh, haben wir gerade, dann kann man immer wieder Cowboy, das lockert, das bringt eine zentrale Haltung. Also würde ich auf keinen Fall sagen, dass das Ellenbogen raus, Cowboy, irgendwie ein Übel wäre oder was Schlechtes. Aber ihr habt selber in den Kommentaren schon manchmal gesagt, hier die Fahrtechnik-Trainer, ja, es ist normal, dass die immer so krass fahren mit den Ellenbogen raus und da möchte ich euch jetzt noch ein paar kleine Meinungen von mir geben und fangen wir mal damit an. Es ist nämlich so, wenn man sich überlegt, kann man auch eine zentrale Haltung beibehalten, wenn man die Ellenbogen locker hat, weil es aber viel angenehmer ist. Probiert es mal aus, die ganze Zeit so zu fahren, dann werdet ihr merken, hier sehr viel unnötige Muskelbelastung, also gerade, wenn es entspannter wird oder so, kann man auch die Arme lockerer lassen, das nennt man einen slackeren Stil und den sieht man auch bei sehr vielen Profifahrern. Gut. Also, ich fahre die Stufe jetzt zweimal, einmal ganz klassisch mit viel Cowboy, einfach zu Demo-Zwecken oder Übertreibung und ihr könnt ihr gut erkennen, vor der Stufe ganz viel die Ellenbogen raus, um die Stufe dann ausgleichen zu können, das habt ihr schon in vielen Videos gesehen. Ja. So, jetzt fahre ich dich etwas slacker, die Ellenbogenbeene raus, mache mich trotzdem klein, mache ich die Stufe aus. So, liebe Leute, auf dem Weg hoch, mal kurz ein paar Sachen dazu, das war folgendes. Natürlich, wie gesagt, als Korrektur, als Mittel für viele Sachen ist die Ellenbogen raus, bleibt einfach mega gut, aber ihr müsst auch euren persönlichen Stil finden. Ich kann hier mal ein paar Profifahrer nennen, zum Beispiel Aaron Grinn, der vielfache World Cup Sieger und jetzt schon Bike-Legende, hat auch schon einen sehr, ist ja auch Amerikaner, sehr Cowboy-mäßigen Fahrstil. Der ist aber jetzt auch nicht extrem groß, während Josh Priceland oder Florian Nicolai, ein Top-Fahrer im Enduro World Series Bereich, die fahren sehr slack, also haben die Ellenbogen eher weniger ausgefahren und das ist super interessant zu sehen, diese verschiedenen Stile und dass beides super funktioniert und ihr müsst jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit krampfhaft denken, nur weil der Fahrtechnik-Trainer gesagt hat, die Ellenbogen raus, das wird jetzt schon mit einem Grund gesagt haben, weil zum Beispiel manche große Leute, wenn die nicht die Ellenbogen rausnehmen, sondern eher gerade die Arme haben, hängen auf einmal viel zu weit hinten und verlieren sofort den Grip am Vorderrad in der Kurve, dann ist es eine gute Korrektur und natürlich als Stoßdämpfer bei Landungen, Arme und Beine schön einfedern, damit man nicht zu weit hinten landet, alles gute Sachen, aber der individuelle Stil, man kann sich ein bisschen locker machen und das empfehle ich auf jeden Fall. Gut. Liebe Leute, gerade wenn ihr noch entspannt fahrt, könnt ihr einen slackeren Fahrstil an den Armen haben, wenn es auf einmal rumpelig wird und ihr müsst was abfedern, dann macht es häufig Sinn, den ganzen Federdick zu nutzen, trotzdem wieder der individuelle Stil, Körpergröße, Bike-Geometrie, ist man sehr so am Arbeiten, manche sind ein bisschen mehr so, also ist auf jeden Fall eine Bandbreite am Spektrum möglich und ihr müsst euch da nicht sklavisch dran halten, die ganze Zeit so, sag ich mal, unergonomisch zu fahren, das muss sich für euch gut anfühlen. Ja. Eine kleine Kurve, einmal mit viel Cowboy gefahren, wisst ihr ja, das wird oft betont, viel Cowboy in den Kurven, das ist dann von den Fahrtechnik-Trainern oft so als Korrektur gemeint, wenn sie merken, jemand steht viel zu aufrecht oder zu weit hinten, verliert Grip am Vorderrad, kommt der Cowboy und dann ist sofort eine bessere zentrale Haltung dabei, die Traktion auf beiden Rädern, ist jedenfalls sehr gut. Aber jetzt fahre ich die Kurve auch mal mit meiner normalen mittleren Körpergröße, mal weniger im richtigen Cowboy-Style, etwas slacker, den Begriff habe ich übrigens von Harald Philipp, dem Bike-Werksteiger, der ziemlich gute Vorträge macht, ich verlinke euch das mal unter dem Video und der fährt natürlich wie ein junger Gott und der fährt auch einen sehr slacken Fahrstil. Yes. So, und die Kurve etwas lecker gefahren, hat sich gut angefühlt, ja, ihr wisst auch aus meinen anderen Videos, ich bin eh ein Freund davon, wenn man Kurven fährt, ich fahre gerne mit dem Körper die Kurve und ich habe meine Arme gern frei, dass ich damit machen kann, was ich will, anstatt irgendwie mich irgendwie auf die Arme die ganze Zeit zu konzentrieren und deswegen passt auch dieser slacken Fahrstil sehr dazu. Ja. Damit ich euch das zeigen kann ganz kurz, wie der Wurz als Korrektur sinnvoll ist, manchmal machen Leute einen Drop mit Floater-Technik oder die springen ab bei einem Sprung und wenn sie dann landen, vergessen sie mit dem Cowboy zu federn, also Arme und Beine zu nutzen und sind dann in der Landung so quasi mit dem Po zum Hinterrad und landen so leicht nach hinten versetzt und manchmal steckt dann sogar das Vordraht auf, also keine schöne Sache, deswegen ist es dann wieder eine gute Korrektur, hierauf hinzuweisen, dass sie den Cowboy nutzen müssen. Ich spring jetzt mal und mach beides mal vor, damit ihr es seht. Ja, jetzt habe ich euch das gezeigt, wie das aussieht, wenn man so weit hinten landet, wo dann die Korrektur des Cowboys durchaus wichtig wäre, aber selbst das könnte man natürlich locker abfedern, man muss nicht immer einen extremen Cowboy haben, das ist wie gesagt eine individuelle Stilfrage. Ja, liebe Leute, also Ellenbogen raus, ist das jetzt ein Mythos, also ich würde sagen, natürlich ist es eine gute Sache an sich, aber man sieht manchmal Leute, die kommen aus dem Fahrtechnik-Kurs oder manchmal Fahrtechnik-Trainer, die immer nur im Demo-Modus fahren, also im Vorzeigemodus, wenn sie das übertrieben zeigen wollen, um das deutlich zu machen für die Leute und das sieht dann manchmal selbst auf Bike-Covern oder so ein bisschen komisch aus, wenn die Leute immer so grinsen und immer die ganze Zeit so übertrieben fahren, manchmal fast wie ein Roboter. Also deswegen jetzt Mythenmörder, Ellenbogen immer schön raus, nein, findet euren Stil und experimentiert damit, dass ihr euch gut fühlt und guckt auch mal auf eurer Handy-Kamera an, wie ist euer Stil und vielleicht seht ihr ja auch, dass ihr wirklich manchmal zu weit hinten hängt und dann vor einer Stufe vielleicht mehr Cowboy brauchen könntet, Ellenbogen raus, oder wenn ihr merkt, ich habe jetzt immer so krass gefahren nach dem Fahrtechnik-Kurs und jetzt mache ich mich wieder ein bisschen locker, dann ist es auf jeden Fall gut. Kurze Folge heute, nicht viel Zeit gehabt, bald kommt natürlich wieder mehr und wir sehen uns beim Dirt Masters, ich verlinke mal kurz die Kurse, die wir da geben, also die ich da gebe, wäre cool, wenn man euch mal sieht, Manual, Bunny Hub, Wheelie und genießt auf jeden Fall das gute Wetter. Bis dahin.